Samstag, der 19. Mai 2018. Es ist 19.25 Uhr. Wir starten in eine neue Runde Lotto-Glück. Heute im Studio Miriam Hanner. Yes, I will. Und wenn Liebe der Weg wäre. Das sind, glaube ich, die besten Sätze des heutigen Tages. Und damit hallo und vor allem welcome zur heutigen royalen Live-Ziehung der Lottozahlen. Ja, am Mittwoch ist der Jackpot nicht geknackt worden. Gut für alle, die heute wieder mit dabei sind. Kugeln und Ziehungsgeräte sind ordnungsgemäß überprüft und jetzt einsatzbereit. Ich drücke Ihnen die Daumen, wünsche viel Glück und sage, los geht die Ziehung. Ja, sind Sie, liebe Zuschauer, eigentlich auch im royalen Fieber, so wie wir hier alle? Die ganze Welt feiert heute mit Meghan und Harry Hochzeit. Und wenn wir so ähnlich Hochzeit feiern möchten, ja, dann brauchen wir auf jeden Fall sechs richtige Plus-Super-Zahlen. Schauen wir mal, was heute so geht. Kugel Nummer eins ist die 41. Heute ist nicht nur die royale Hochzeitsfeier, sondern auch der internationale Tag der Mai-Sonne. Und so scheint die Sonne heute nicht nur in Windsor, sondern auch bei uns. Und so nehmen wir diesen Tag gerne mit in die Sammlung der kuriosen Feiertage in der Welt. Und Kugel Nummer zwei ist da, es ist die 27. Sie sehen es auf unserem Monitor. Sechs Millionen warten im Jackpot heute. Und Sie, liebe Zuschauer, helfen mir jetzt mal bitte, dass wir die Millionen auch schön im Land verteilen. Kugel Nummer drei rollt an. Und es ist die 44. Ja, und der zweite Gewinnrang blieb ja ebenfalls unbesetzt. Das bedeutet, hier lauert auch die Chance, Millionär zu werden. Also mit nur sechs richtigen, auch ohne Superzahl, sind sie ganz weit vorne. Und natürlich mit Kugel Nummer vier. Es ist die drei. Heute jongliere ich mit den Millionen. Sie merken es, denn es sind auch noch drei Millionen im Spiel 77 zu holen. Da wird einem ganz schwindelig. Es lohnt sich also für die richtigen Kreuzchen. Heute Kugel Nummer fünf ist da. Es ist die 49. So, und eine Info für Sie, falls Sie auch Euro-Jackpot tippen. Gestern ist der Jackpot wieder nicht geknackt worden. Stolze 90 Millionen warten hier beim Euro-Jackpot am Freitag. Und hier ist sie, unsere sechste und letzte Kugel für heute. Es ist die vier. Kamera sechs zeigt alle eben gezogene Zahlen. Und jetzt fehlt natürlich noch etwas. Unsere Superzahl und die ziehen wir jetzt. Ich drücke Ihnen nochmal die Daumen und sage, los geht die Ziehung. Sechs Millionen sind bestenfalls zu erobern am heutigen Royalen Samstag. Wir könnten eigentlich mal beginnen mit Lotto-Fähnchen zu winken und unsere Glückskugeln zu bejubeln. Und Achtung, da ist sie. Unsere heutige Superzahl ist die zwei. So, und jetzt schauen wir uns gemeinsam unsere eben gezogenen Royalen-Zahlen in der Übersicht nochmal an. Die Zahlen sechs aus neunundvierzig. Drei, vier, siebenundzwanzig, einundvierzig, vierundvierzig, neunundvierzig und die Superzahl, die zwei. Die Gewinnzahlen für Spiel 77 und Super 6 werden ja bereits immer im Vorfeld der Ziehung ermittelt. Und hier sind die Zahlen aus dem Spiel 77, neun, vier, null, sechs, acht, neun, drei. Und hier sind die Zahlen der Super 6, sieben, null, neun, vier, sechs, null. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder live mit dabei waren. Alle Gewinnzahlenquoten und natürlich auch diese Ziehungssendung finden Sie auf lotto.de. So, ich feiere jetzt hier mit meinen heutigen Studiogästen und die sind genauso im royalen Fieber wie wir. Und wenn Sie die auch gerne sehen möchten, dann schauen Sie bitte in unsere 360-Grad-Kamera vorbei. Wir starten jetzt gemeinsam in ein wunderschönes, langes Fixwochenende und lassen noch die wunderschönen royalen Eindrücke lange nachwirken. Ich wedle hier noch so ein bisschen vor mich hin. Lassen Sie es sich gut gehen. Wir sehen uns am kommenden Mittwoch wieder live um 18.25 Uhr. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Die Live-Ziehung der Lottozahlen.